Das heutige Horoskop, Fische, 17. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Ein atemberaubender Tag für Ihr persönliches und romantisches Leben ist gekommen. Dies liegt daran, dass der mentale Merkur, unser komischer Botenplanet des Geistes und der Kommunikation, sich in einem Sextil mit der süßen Venus, unserem Göttinnenplaneten der Vereinigung, verbindet, der oben im Himmel tanzt. Dies ist ein Fünf-Sterne-Tag, um ein bedeutungsvolles Gespräch mit Ihrer Liebsten zu führen. Wenn Sie sich gelegentlich verabredet haben, aber die langfristige Kompatibilität mit Ihrem zukünftigen Partner besprechen möchten, tun Sie dies noch heute. Sie könnten feststellen, dass Ihr Geist und Ihr Herz völlig im Einklang sind. In was möchten Sie investieren? Möglicherweise müssen Sie die Vor- und Nachteile Ihrer beruflichen Ambitionen abwägen, wenn Merkur im Schützen das Sextil mit Venus in der Waage bildet. Es gibt viel zu bedenken, wenn es um die Karriereziele oder Ambitionen geht, aus denen Sie Kapital schlagen möchten. Wenn Sie darüber nachdenken, wen und was Sie verfolgen möchten, kann Ihnen das Sextil dabei helfen, die besten Optionen herauszufinden. Nutzen Sie diese kosmische Energie, um Ihre Möglichkeiten sorgfältig abzuwägen, anstatt sich einfach blind in etwas zu stürzen, ohne die Vor- und Nachteile abzuwägen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Mond seine letzten Stunden in Ihrem Karrierebereich in einem freundlichen Verhältnis zum Zwergplaneten Eris, der Kriegerprinzessin des Kosmos in Ihrem Einkommensbereich, verbringt, wie Sie es in den letzten neun Jahrzehnten alle vier Wochen getan haben. Der Unterschied heute besteht darin, dass dies das erste Mal in diesem Jahr ist, dass mit der planetarischen Aktivität an der Karrierefront diese Verbindung aufrechterhalten wird, wenn der Mond verlässt. Achten Sie heute sorgfältig auf Ihre Unsicherheiten. Möglicherweise bemerken Sie einen Punkt, an dem die Dinge in die eine oder andere Richtung gehen könnten, machen Sie es sich zur Aufgabe, das bestmögliche Ergebnis zu wählen und Ihre Energie in diesen positiven Rahmen zu stecken. Vieles von dem, worüber wir uns beschweren, war ursprünglich unsere eigene Entscheidung. Wenn Sie sich unsicher fühlen, weil Sie nicht genügend Komplimente erhalten haben, warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Geben Sie Ihrem Partner, Chef oder Ihren Freunden möglichst klare Botschaften darüber, was Sie brauchen. Wenn dies ein freier Tag für Sie ist, sollte es sich als eine tolle Zeit erweisen, zu Hause zu bleiben. Es ist ein Tag und Ihre Hingabe an Ihre Familie und das häusliche Umfeld wird heute besonders stark sein. Auch wenn es ein Arbeitstag ist, ist es vielleicht an der Zeit, für diesen Abend etwas Besonderes zu planen. Erwägen Sie ein schönes Abendessen, bei dem alle etwas Zeit miteinander verbringen können. Oder vielleicht wäre es am besten, etwas zum Mitnehmen zu bekommen. Nehmen Sie sich auf jeden Fall Zeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die Ihnen so viel bedeuten. Rufen Sie auch Ferngespräche an. Auch wenn es in dieser Woche scheinbar gemischte Botschaften von den Stars gibt, handelt es sich eher um unterschiedliche Botschaften, die aus unterschiedlichen Quellen kommen. Einerseits vereinen Sie sich einen Tag, nachdem der Mond vor zwei Tagen Ihren Bereich des Abenteuers, Reisens, Lernens und Entdeckens verlassen und den Neumond hier abgeschlossen hat, während Sonne und Mars Ihre letzte volle Woche hier verbringen, um etwas zu schaffen es zählt. Andererseits sind Mond und Merkur in diesem Jahr zum ersten und einzigen Mal in Ihrem Berufsfeld mitten in der Arbeitswoche aufeinander abgestimmt. Obwohl es noch am Anfang steht, informiert sie der Mond über die neuen Entwicklungen, die sich abzeichnen. In den sieben Tagen, seit Venus ihren Beziehungsbereich verlassen hat, sind die Wünsche und Erwartungen, mit denen sie sie hinterlassen hat, wahrscheinlich noch deutlicher geworden, anstatt abzuklingen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Mond durchgezogen ist und der Asteroid Juno, die Königin des Engagements und insbesondere des Engagements für ihre Beziehungen, ernsthafte Unterstützung erhält, während sie weiterhin die Flagge hisst. Täglicher Planetenüberblick Feiern Sie heute die freudigen Momente, während der Schützemond unsere Stimmung hebt und die Bühne für einen fantastischen Tag bereitet, an dem wir aufregende Aktivitäten für das kommende Wochenende planen können. Mit einer Einstellung, die darauf ausgerichtet ist, die Jahreszeit zu genießen und der Lust auf Abenteuer, bevor das Wetter kälter wird, ermutigt uns der Schützemond, neue Unternehmungen und Ereignisse zu erkunden. Dies ist die perfekte Gelegenheit, sich von der Routine zu lösen und sich auf etwas wirklich Einzigartiges und Besonderes einzulassen. Jetzt ist es an der Zeit, die Entscheidung zu treffen, über die Sie schon lange nachgedacht haben. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt und Sie werden wahrscheinlich die richtige Wahl für sich und Ihre Familie treffen. Es ist ein Moment, in dem Sie einen Weg wählen können, der Ihr Leben grundlegend verändert und alles hinter sich lässt, was Ihrem Zweck nicht mehr dient. Ihre finanziellen Aussichten stehen unter einem guten Stern und bieten Ihnen zahlreiche günstige Chancen und Investitionsmöglichkeiten. Inmitten der Vielzahl von Möglichkeiten werden Ihnen Ihre Klarheit und Ihr Selbstvertrauen dabei helfen, die besten Entscheidungen zu treffen. Die Chancen auf finanziellen Erfolg sind auf Ihrem Höhepunkt und da der jüngste Neumond und die letzten Zusammenstöße auf dem Planeten hinter Ihnen liegen, ist jede verbleibende finanzielle Spannung kurz davor, sich in Motivation umzuwandeln. Während der Mond Ihren Karrierebereich zirrt, harmoniert er harmonisch mit den Planeten auf der Einkommensseite des Finanzspektrums. Gleichzeitig stärkt die Unterstützung von Neptune Ihr finanzielles Selbstvertrauen und Ihre Vorstellungskraft. Diese Kombination verspricht eine schnelle Wende und verwandelt Herausforderungen in Sprungbretter auf dem Weg zu finanziellem Wohlstand. Nehmen Sie den Tag mit Zuversicht und Begeisterung an, denn die Sterne stehen zu Ihren Gunsten. Himmel für heute Eine Woche vor der bevorstehenden Ankunft der Sonne in Ihrem Finanzsektor beendet der Mond seinen ersten Besuch seit der Rückkehr von Merkur letzte Woche und bereitet damit die Bühne für die sich abzeichnenden finanziellen Entwicklungen. Dieser Besuch vermittelt Ihnen fein abgestimmte finanzielle Instinkte und fördert eine stärkere emotionale und intuitive Verbindung. Merkure hilft Ihnen mit seinem ausgeprägten finanziellen Scharfsinn dabei, sich auf strategische Finanzschritte vorzubereiten. Ihre Bereitschaft zu offenen Diskussionen stärkt Ihre Beziehungen und trägt zur Festigung und zum Wachstum der zwischenmenschlichen Dynamik bei. Während es von Vorteil ist, Gespräche mit Kollegen zu genießen, ist es wichtig, Ihre bestehenden Verantwortlichkeiten nicht zu vernachlässigen und Zwietracht mit den falschen Personen zu vermeiden. Nutzen Sie Ihre Zeit sinnvoll und pflegen Sie positive Verbindungen zu denen, die in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen. Die günstige Ausrichtung des Mondes auf den Zwergplaneten Eris, die kosmische Kriegerprinzessin in ihrem Finanzsektor, geschieht jeden Monat und bringt heute eine einzigartige Energie mit sich. Diese himmlische Allianz stärkt nicht nur Ihr finanzielles Selbstvertrauen und regt fantasievolles Denken an, sondern ermöglicht Ihnen auch, Ihren angeborenen Kampfgeist zu nutzen. Das Besondere an diesem Monat ist, dass über die vorübergehende Begegnung mit dem Mond hinaus eine Grundlage für dauerhafte Stärke im Finanzbereich geschaffen wird. Ihre finanziellen Angelegenheiten befinden sich im Aufschwung und Ihr geschicktes Verhandlungsgeschick verschafft Ihnen auch mitten im Verhandlungsgeschehen einen Vorteil. Heute eröffnen sich Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, neue Kontakte zu knüpfen, die sich in der Zukunft als unschätzbar wertvoll erweisen könnten. Vertrauen Sie Ihrer instinktiven Weisheit, um Sie zu warnen, wenn unvorhergesehene Herausforderungen auftreten. Nehmen Sie die flüchtige, aber kraftvolle Mondkonstellation mit Eris an, denn sie deutet auf einen nachhaltigeren und gewaltigeren finanziellen Einfluss am Horizont hin.